Salam Aleikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Heute stellen wir praktisch zwei leckere Gerichte her und zwar einmal dieses leckere indische Reisgericht, was wir hier sehen und zum anderen das Ofengericht, bestehend aus Gemüse und Hähnchenfleisch. Diese beiden Gerichte könnte man dann so zusammen servieren, wie wir das hier jetzt sehen, für seine Gäste. Man könnte sie theoretisch aber auch separat servieren, indem man das Reisgericht zusammen mit einem leckeren Joghurtdip verzehrt und das Ofengericht mit türkischem Fladenbrot oder auch mit einem leckeren, gesunden Leinsamen Fladenbrot. Zuerst werden wir jetzt das Hähnchenfleisch marinieren und dazu geben wir Essig dazu. Ich möchte allerdings den Naturtrieben Apfelessig empfehlen, den hatte ich nur leider zu dem Zeitpunkt nicht vorrätig. Dann kommt als Fettquelle wieder das gesunde, native Bio-Kokosöl hinzu, welches das gesündeste und einzige unbedenkliche Öl zum Backen und Kochen ist. Dann werden wir folgende Gewürze verwenden. Frisch geschlossener Pfeffer, frisch gemahlener Koriander, dann Himalaya-Salz, dann meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Ein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Dann kommt Kurkuma, Ingwer und Paprika hinzu. Das war es an Gewürzen für das Hähnchen. Die kommen jetzt alle dazu und dann bleibt uns nur noch der frisch gepresste Knoblauch, den wir hinzugeben. Die Hälfte davon habe ich jetzt zum Hähnchen gegeben und die andere Hälfte werden wir später zum Ofengericht dazugeben. Das Hähnchen wird jetzt gut mit den Zutaten vermischt und eingerieben. Und dann werden wir das zur Seite stellen, ruhig auch über Nacht im Kühlschrank stehen lassen, damit die Gewürze gut in das Fleisch eindringen können. Und dann werden wir jetzt das Gemüse zurechtschneiden. Die Karotten werden wir auf diese Weise stifteln. Alle Zutaten sollten wie immer von Bio-Qualität sein. Die Karotten kommen jetzt in eine große Glasauflaufform. Dann werden wir uns der Zucchini zuwenden und die wird auf diese Weise ebenfalls gestiftelt. Also immer jeweils geachtelt und dann nochmal quer durchgeschnitten. Die kommen dann dazu. Dann tun wir genau das gleiche mit den Kartoffeln. Die lassen wir mit der Schale so, denn sie sind ja von Bio-Qualität. Und unter der Schale sitzen immer die meisten Vitamine. Dann tun wir jetzt genau das gleiche mit der Paprika. Die Bio-Zwiebel werden wir in Scheiben schneiden und dann nochmal quer durch. Und die Tomaten werden wir in dünne Scheiben schneiden. Das war jetzt alles, was ich an Gemüse verwendet habe. Man könnte da theoretisch aber auch variieren. An Gewürze nehmen wir Himanajasalz. Wieder meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Oregano, Paprika, Kurkuma und frisch gestoßener schwarzer Pfeffer. Die Gewürze werden jetzt über das Gemüse gestreut. Dann geben wir noch den restlichen Knoblauch hinzu. Etwa zwei bis drei bis vier Knoblauchzehen gepresst. Dann hatte ich hier noch einen Rest meiner Tomatensauce übrig, den ich dazu gegeben habe. Stattdessen nimmt man einfach passierte Tomaten. Und dann geben wir hier jetzt noch drei Esslöffel Bio-Paprika-Mark hinzu, den wir mit etwas Wasser vermischen. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox mitteilen. Und dann wird jetzt einfach alles gründlich durchgemischt hier, damit das ganze Gemüse mit diesen Gewürzen und mit der Soße gut in Berührung kommen. Und sobald wir das ganze Gemüse fertig vermischt haben mit der Soße und den Gewürzen, stellen wir das Gemüse zur Seite und wenden uns jetzt dem Hähnchen zu. Denn das marinierte Hähnchen werden wir jetzt kurz in diesem Wok hier anbraten. Dazu geben wir wieder etwas Bio-natives Kokosöl in den Wok, lassen das heiß werden und dann werden wir das Hähnchen auf mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun anbraten. Die Flamme sollte also nicht ganz hoch sein, sondern eben bei mittlerer Hitze, damit das Hähnchen nicht verbrennt und trotzdem von innen auch schon ein wenig vorgegart wird. Und sobald das Hähnchen dann von beiden Seiten goldbraun angebraten wurde, geben wir das über das Gemüse in die Auflaufform und dann wird das Gemüse zusammen mit dem Hähnchen im Ofen gebacken werden. Das Hähnchen kommt oben auf das Gemüse drauf und wird dort bleiben und dann werden wir das Ganze zuerst mit Backpapier abdecken und danach mit Alufolie. Das tun wir deshalb, damit die Alufolie nicht mit dem Gemüse und dem Fleisch in Berührung kommt, denn Alufolie ist sehr giftig und löst sich durch Hitze und Säure auf und gelangt dann in das Essen hinein und in unseren Körper und deshalb wollen wir das vermeiden. Während das Gemüse und das Fleisch im Ofen jetzt mindestens eine Stunde lang backt, auf mittlerer Hitze, bei mittlerer Temperatur, werden wir jetzt den Reis schon mal vorbereiten. Dazu werden wir den Basmati-Reis mindestens eine halbe Stunde lang einweichen und gründlich waschen und sobald wir das getan haben, werden wir jetzt wieder natives Bio-Kokosöl hier in diesen Topf geben und darin eine gehackte Bio-Zwiebel anbraten. Zu den Zwiebeln geben wir dann auch gleichzeitig die groben indischen Gewürze, das sind die folgenden, Kreuzkümmel, Zimtstange, großer, also schwarzer Kardamom, etwa drei Stück davon, dann hier Lorbeerblätter, Nelken und der grüne, also der kleine Kardamom. Die kommen jetzt alle zu den Zwiebeln dazu und werden zusammen mit den Zwiebeln angebraten und zwar so lange bis die Zwiebeln anfangen etwas braun zu werden. Sobald das der Fall ist, kommen dann die gestiftelten, also ganz klein gestiftelten Karotten hinzu. Die sollten möglichst dünn gestiftelt und geschnitten werden und dann kommen die folgenden Gewürze hinzu, Himalaya-Salz, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander und Garamassala, alles frisch gemahlen und frisch gestoßen aus schwarzer Pfeffer. Die Gewürze kommen dann dazu, werden kurz mitgebraten mit den Karotten und den Zwiebeln und dann mit frischem, selbstgemachten Kokosjoghurt abgelöscht, aber man könnte natürlich auch ganz normalen Milchjoghurt dazu verwenden. Wenn man keinen selbstgemachten Kokosjoghurt zur Hand hat. Dann kommen noch zwei Esslöffel Tomatenmark hinzu. Der wird kurz mitgebraten hier, bevor wir dann das Ganze mit etwas Wasser ablöschen. Die Flamme schon mal ganz klein drehen und dann wird das Ganze zugedeckt. Etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten mindestens halb gar sein werden. In dieser Zeit werden wir den eingeweichten Reis jetzt nochmal gründlich durchwaschen und abspülen und dann werden die Karotten auch schon halb gar sein. Und jetzt können wir das Wasser hinzugeben und zwar geben wir immer die anderthalbfache Menge von dem Reis hinzu. In diesem Fall anderthalb Becher Wasser, da wir eine Tasse Reis verwendet haben. Dann wird die Flamme ganz hoch gestellt und sobald das Wasser kocht, kommt dann der abgetropfte Reis hinzu. Wir lassen noch einmal aufkochen und dann wird die Flamme wieder ganz klein gestellt und der Reis dann fertig gekocht. Kurz vor dem Ende habe ich dann noch ein paar schon vorgekochte Kichererbsen noch hinzugegeben, einfach um dieses Reisgericht ein wenig zu strecken und die Kichererbsen passen auch sehr gut noch dazu. Sobald dann alles wasserverdampft sein wird, wird der Reis fertig sein, wie wir das jetzt hier sehen. Das Reisgericht ist fertig, duftet ganz herrlich nach indischem Reisgericht eben. Die groben Gewürze werden herausgenommen, denn die wollen wir natürlich nicht mitessen. Die sind ja nur für das Aroma da. Inzwischen ist natürlich auch schon das Ofengericht fertig. Wir sehen, wie lecker das aussieht. Marshala! Mir läuft auch noch im Nachhinein das Wasser im Munde zusammen, wenn ich das sehe. Dieses köstliche Ofengericht könnte man dann natürlich, wie schon anfangs gesagt, zusammen mit Fladenbrot servieren. Aber hier in diesem Fall, jetzt für unsere Gäste, habe ich das zusammen mit diesem leckeren indischen Reisgericht serviert. Eine tolle, sehr gelungene Kombination. Marshala! Die allen meinen Gästen sehr vorzüglich gemundet hat. Man könnte dann das Fleisch und das Gemüse eben sehr schön jetzt hier auf diesen Reisteller anrichten, damit das Ganze auch richtig appetitlich fürs Auge aussieht. Und mit der Soße natürlich auch noch übergießen, wenn man das möchte. Ich persönlich liebe es immer sehr, wenn sehr viel Soße mit im Spiel ist. Das aber kann man natürlich nach persönlicher Präferenz handhaben, denn eigentlich ist der Reis, also das Reisgericht, ja schon würzig genug. Und das könnte man auch allein so mit diesem Gemüse und dem Fleisch servieren. Aber ich mag es immer sehr gerne, wenn auch noch etwas Soße dabei ist. Das Ganze könnte man trotzdem natürlich auch noch mit Tzatziki oder einem anderen Joghurt-Dip servieren. Das würde auch sehr gut dazu passen. Auch mein veganer Cashew-Dip würde sehr gut dazu passen. Den könnte ich euch hier oben ja nochmal verlinken. Dieses Gericht ist natürlich nicht ketogen, wie wir jetzt sehen. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn ab und zu kann man ja auch eine Ausnahme machen, insbesondere natürlich für Gäste. Wichtig ist vor allem, dass wir immer Bioprodukte verwenden, denn nur diese sind pestizidfrei. Zu empfehlen wäre es, dass man diese Bioprodukte immer im Bioladen kauft und nicht im Supermarkt. Zumindest das Gemüse, denn das Gemüse wird im Supermarkt grundsätzlich bestrahlt, damit es länger haltbar bleibt und schön aussieht. Dadurch allerdings werden die Enzyme abgetötet, was im Falle von gebackenem und gekochtem Müse wie diesem Fall keine Rolle spielt. Aber wenn es um frisches Gemüse für den Salat geht, sollte man wirklich darauf achten, dieses nur im Biomarkt zu kaufen. Damit ist dieses leckere Rezept auch beendet. Ich wünsche euch viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachmachen. Guten Appetit! Vergesst nicht, Bismillah zu sagen. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das Video mit euren Bekannten teilt, vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße! Salam Aleikum, eure Mariam.